Love Island Staffel 8 läuft aktuell auf RTL 2 Alle Infos rund um die Sendetermine der neuen Folgen und zur Show im Allgemeinen gibt es hier. Love Island ist 2023 mit einer neuen Staffel zurückgekehrt. Dieses Mal finden die Liebessuchenden in einer Villa auf Griechenland zusammen, um gemeinsam nach vermeintlich wahrer Liebe zu suchen. Mit interaktiven Elementen und anderen Neuerungen verspricht die neue Staffel sicherlich wieder viel Unterhaltung für die Zuschauer auf der Couch zu Hause. Wir haben alle wichtigen Informationen zu Love Island 2023. Seit wann läuft die Show? Wie liegen die Sendetermine? Außerdem beantworten wir alle weiteren Fragen über Moderatoren, Kandidaten, sowie die Übertragung im TV und Stream. Seit wann läuft Staffel 8 von Love Island 2023? Die neue Staffel von Love Island startete am Montag 11. September 2023 zur Primetime um 20.15 Uhr im deutschen Fernsehen. Der Start der Sendung wurde sogar erstmals live ausgestrahlt. Love Island 2023? Sendetermine von Staffel 8. Die diesjährige Staffel von Love Island hatte ihren Starttermin am Montag, dem 11. September 2023 um 20.15 Uhr beim Fernsehsender RTL 2. Seitdem können die Zuschauer wöchentlich jeden Montag eine neue Folge der Dating Show erleben. Und das sogar live. Die weiteren Sendetermine sind immer dienstags bis freitags sowie am Sonntag um 22.15 Uhr. Sämtliche Sendetermine der 8. Staffel von Love Island haben wir für Sie in der folgenden Übersicht aufgelistet. Folge 1 Montag 11. September 2023 um 20.15 Uhr Live Folge 2 Dienstag 12. September 2023 um 22.15 Uhr Folge 3 Mittwoch 13. September 2023 um 22.15 Uhr Folge 4 Donnerstag 14. September 2023 um 22.15 Uhr Folge 5 Freitag 15. September 2023 um 22.15 Uhr Folge 6 Sonntag 17. September 2023 um 22.15 Uhr Folge 7 Montag 18. September 2023 um 20.15 Uhr Live Folge 8 Dienstag 19. September 2023 um 22.15 Uhr Folge 9 Mittwoch 20. September 2023 um 22.15 Uhr Folge 10 Donnerstag 21. September 2023 um 22.15 Uhr Folge 11 Freitag 22. September 2023 Folge 10. September 2023 um 22.15 Uhr Folge 12 Sonntag 24. September 2023 um 22.15 Uhr Folge 13 Montag 25. September 2023 um 20.15 Uhr Live Folge 14 Folge 14 Dienstag 26. September 2023 um 22.15 Uhr Folge 15 Mittwoch 27. September 2023 um 22.15 Uhr Folge 16 Donnerstag 28. September 2023 um 22.15 Uhr Folge 17 Freitag 29. September 2023 Folge 18. September 2023 um 22.15 Uhr Folge 19 Montag 2. September 2023 um 20.15 Uhr Silvie Mais übernimmt erneut die Moderation von Love Island. Sie führt die Zuschauer durch die Höhen und Tiefen der romantischen Abenteuer und kommentiert das Geschehen und die Spiele auf Griechen. In Bezug auf Romantische Beziehungen hatte die Moderatorin von Love Island zuletzt selbst weniger Glück. Silvie Mais ist seit diesem Jahr wieder Single. Im Februar verkündete sie ihre Trennung von Ehemann Niklas Castello. Aktuell ist sie jedoch noch nicht bereit. Sich erneut zu verlieben, wie sie kürzlich in einem Gespräch mit RTL offenbarte. An ihrer Seite steht in Staffel 8 Oli P., der besonders für die Kommunikation mit dem Publikum verantwortlich ist. Der Sänger und ehemalige GZSZ-Schauspieler hat bereits Erfahrung als Moderator sammeln können. 2019 moderierte er in der ARD die Sendung Hallo Schatz – Vom Plunder zum Prachtstück. 2022 gewann er außerdem die ProSieben-Show – The Masked Singer. Kandidaten von Love Island 2023 Die Single-Kandidatinnen und Kandidaten dürfen sich zudem in einer stylischen Villa unter der griechischen Sonne aufhalten und auf neue Spiele freuen. Mit dabei ist unter anderem Hannes, der in der Show von seinem Vater Markus Möll und dessen Ehefrau Yvonne König bei der Partnersuche unterstützt wird. Außerdem zielen die Zwillinge Jenny und Vanessa in die Villa ein. Die Schwestern wollen sich bei der Suche nach der großen Liebe unter die Arme greifen. Das sind die Teilnehmer im Überblick. Fabi, 25 Leon, 25 Hannes, 24 Ray, 26 Luca, 27 Daniel, 31 Daryl, 30 Robert, 30 Angelo, 34 Jan, 27 Leandro, 23 Efi, 28 Laura, 23 Ilssandra, 26 Jenny, 21 Vanessa, 21 Céline, 24 Janine, 27 Lucy, 23 Vanessa, 24 Die Übertragung der Show startete am 11. September 2023. Diese wird, wie bei allen bisherigen Staffeln auch, vom Fernsehsender RTL 2 übernommen. Produziert wird die Show von den ITV Studios Germany. Die Episoden sind nach der Ausstrahlung für sieben Tage kostenlos bei RTL Plus verfügbar und danach im Premium-Bereich des Streaming-Dienstes von RTL zugänglich. Zusammengefasst, die Sendung ist live im TV auf RTL 2 und im Stream auf RTL Plus zu sehen. Love Island 2023 wird dabei erneut von Sprecher Simon Beek kommentiert, der auf humorvolle Weise die Suche nach der Liebe begleitet. Die Dating-Show wird durch die kostenlose Love Island App dieses Jahr besonders interaktiv. Zuschauer können in den wöchentlichen Live-Übertragungen aktiv an den Geschehnissen teilnehmen und wichtige Entscheidungen beeinflussen.